Oh nein, ich rutsche von dem scheiß Stein runter. Ha, noch eine mitgegeben. Nein! Hey Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen Dummdödel Challenge dieses Jahres. Ja, ich habe sie schon länger nicht mehr gemacht. Ich weiß, deswegen beginnen wir hier einfach mal wieder eine Runde mit der Dummdödel Challenge. Ich muss ein Abends Race Spiel gewinnen. Falls ich es nicht tue, muss ich eine Strafe vollziehen. Die aktuelle Strafe ist ein Horrorspiel zu spielen. Und zwar eines, das ich von euch bekommen habe. Fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ich habe eben mal... Äh, komm, er klaut mir den Kill. Ich bin eben meine Speicherordner durchgegangen und da habe ich gesehen, dass ich dieses Spiel ja noch habe. Dieses widerliche. Da habt ihr mir damals schon gesagt, ich soll es einfach mal so spielen, ne? Aber ich dachte mir, komm, hey, ich will es eigentlich gar nicht spielen. Also mache ich für euch diese Challenge raus. Wenn ich hier verliere, muss ich das Spiel mir ultramäßig reindrücken. Ich bin ein Profi bei Arms Race, ne? Ich bin ein Profi. Ähm. Dieser Spielmodus ist auch recht, recht, Rage-lastig. Fuck, weil genau solche Sachen eben passieren, ne? Von links, von rechts, überall kommen die Gegner her. Dann klauen deine Mates ja die Gegner und am Schluss, wenn die Gegner dann weit genug sind und das Knife haben, ja? Renn deine Mates den Gegnern rein und verrecken. Dann hast du verloren, wech? Also, kurzum. Das Spiel verliert man nur, weil man Mates hat. Aber trotzdem, das ist logisch. Okay. Jetzt hier auf unser kleines Babyhaus. Guck mal, man kann auf dem kleinen Vordach hier stehen. Ha, Bitch! Äh, Gegner, hallo? Oh nein, ich rutsch von dem scheiß Stein runter. Ha! Noch eine mitgegeben. Irgendwie sind das wenige Gegner, kann das sein? Es kommt mir gerade etwas schwierig vor Kills zu machen, weil es zu wenig Leute sind. Oh! Ich spawn neben einem. Hop, komm, wie räudig, Mann. Hätte ich die Pump direkt in der Hand gehabt, wäre der tot gewesen. Guck, und dann dieses widerliche Lack, das die haben, ey. Das gibt's nicht. Boom! Schakalaka! Äh, hallo? Da oben. Er steht einfach da oben drin und ballert auf mich. Runter, wie so ein... Ich brauch mit der Pump jetzt auch nicht hier hoch zu gehen. Guck mal! Alter, er war direkt vor mir und ich hier geklaut. Also. So, jetzt könnte ich hoch aufs Dach gehen, denn ich habe diese Autosnipe, aber... Da oben ist, glaube ich, ein Gegner. Irgendwo. Hallo, hallo? Sicherlich hier drin. Oh, er stirbt! Alter, er steht neben mir und er schrickt mich voll, ne? Ha, ha! Gut, mit der Para mache ich auch einige. Oder auch nicht. Nein! Das ist scheiße, dieser Moment, wenn man wirklich überhaupt keine Geschwindigkeit mehr hat, weil man... Wenn man so hin und her springt und versucht wegzuspringen, und dann geht's aber nicht so ganz. Weil man dann plötzlich auf einmal ultra langsam wird, ne? Weil da einen ertrifft oder Lerumlarum. Das ist ärgerlich. Jawohl. Ist ein geiler Platz hier. Oh, auf unserem Dach hockt er drauf. Der... Oh! Gut, ich bin nicht mehr weit vom Sieg entfernt, aber es läuft so schleppend. Es kommen einfach keine Kills mehr rein. Gut, mal eben noch hier die Diegel erspielt. Jetzt habe ich nur noch elf Life. Oh! Das war schön. Oh, yeah. Ich wollte gerade sagen, ich alter Lacker. So, ich bin mit den Leuten gerade auf einer Höhe. Jetzt hat einer Knife und ich wette mit euch, diese verschissenen Döden lassen sich einfach totknifen. Ah! Nein! Ha! Ha, 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 ha! Du fixst Beutel, Alter! Ich bin mit ihm um das scheiß Gebäude gerannt, Alter. Krass! Voll gespuckt. Der König ist im Haus! Da habe ich mich nochmal gerettet vor dem ekligen Horrorspiel. Ich gehe ja mal direkt raus. Aber in der nächsten Runde muss ich dann wieder mit Handicap spielen. Also mit, ich sage jetzt mal, drei. Handicap von drei. Also irgendjemand muss schon die dritte Stufe erreicht haben. So wird das dann bei der nächsten Runde laufen. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Wer sich gewünscht hat, dass ich jetzt direkt verrecke. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, meine Augen sind trocken, krass, ich bin so mädrig, ich werde so schnell trocken. Ich habe da einen USB-Stick, guck mal nach hinten. Das ist vielleicht ein Kohlsollium, ich denke, das ist cool.